Bhojangasana, die Kobra. Bhojangasana ist eine der Grundstellungen der Yoga-Vidya-Reihe. Es ist die erste der Rückbeugen und kommt nach der Vorwärtsbeuge Paschimottanasana oder nach Purvottanasana. Ausgangsposition ist Advasana, die Bauchentspannungslage. Von hier gibt die Hände unter die Schultern, Fingerspitzen nach vorne. Dann schiebe den Kopf nach vorne, hebe den Kopf hoch, hebe den Brustkorb hoch und strecke die Arme aus. In der vollen Grundstellung Bhojangasana sind die Arme fast ausgestreckt und die Schultern sind hinten. Dabei entsteht eine sehr gute Dehnung vom Bauch, von Brust, aber auch von Psoas und Quadrizeps. Diese Übung stärkt auch die Rückenmuskeln. Ziehe also bewusst die Schultern nach hinten. Ziehe die Rückenmuskeln zusammen. Du kannst dabei zum Punkt zwischen den Augenbrauen schauen oder du kannst auch die Augen schließen. Es gibt verschiedene Kopfvariationen. Du kannst den Schädel nach oben geben, was insbesondere anzuraten ist, wenn du Nackenprobleme hast oder du kannst auch den Kopf weiter nach hinten geben und dann direkt zur Decke schauen. Weniger fortgeschrittene üben sanftere Variationen von Bhojangasana. Du kannst zum Beispiel den Nabel am Boden halten und nicht so weit hochkommen. Für manche Menschen mit unteren Rückenproblemen ist das vorzuziehen. Bhojangasana als eine gute Übung, um die rückbeugende Flexibilität zu fördern, die Rückenmuskeln zu stärken, um das Herz zu öffnen. Bhojangasana aktiviert besonders auch das Herz-Chakra und das Vishuddha-Chakra und wenn du zum Punkt zwischen den Augenbrauen schaust, wird die Energie hoch zum Agnya-Chakra gezogen. Bhojangasana hilft auch, eine gewisse geistige Ruhe zu verbinden mit innerer Kraft. Mehr Informationen zur Kobra und all ihren Variationen findest du auf www.yoga-vidya.de. Dort suche nach Bhojangasana oder Kobra. Übrigens, das Wort Bhojangasana heißt wörtlich Schlange, wird aber meist mit Kobra übersetzt.